Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge Starbound. Hallo. Und bei mir hat gerade Action ein bisschen gelacht, aber... Hast du eine Action? Okay. Wir sind auf jeden Fall bei Starbound. Und ich habe meinen Loot wieder, nachdem ich gerade schon vor der Aufnahme vier, fünfmal gestorben bin. Warum? Wieso? Ich versuche nach meinem Loot. Die Suche nach dem Loot. Eine unendliche Geschichte. Ja. So, und wir spielen wieder ein lustiges Starbound und wir sind wieder zu viert und vereinigt. Juhu, mal schauen wie lange. Ja, weiter, aber du. Juhu. Und jetzt... Oh nein, Leute, ernsthaft, da runter? Oh Gott. Ganz einfach runterlaufen. Ah. Okay, gut. Hat geklappt. Hat geklappt. Ich lebe noch. Komm runter, du Arsch. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus bei meinen Zuschauern, weil mein Internet lagt anscheinend wieder. Ähm, ja, das macht Spaß. Los, up in den Underground. Ich habe einen Rammstick. Yay. So, Sam, was müssen wir jetzt finden und suchen? Ähm, wir bräuchten Tankwassen für die Rüstung, die ihr bräuchtet und danach könnten wir eigentlich... Achso, du nicht? Du brauchst keine? Gut, dann kannst du ja ohne Rüstung denken. Ich habe meine Hedgelings. Also daher wäre es jetzt eigentlich die nächste Instanz und zwar die Honeygrounds, die wir machen müssen mit einem Boss. Okay. Ich will den Boss. Und beim Boss muss bitte immer... muss einer immer überleben. Okay. Ja. Das wissen wir ja. Ich nicht. Schon von dem anderen Boss. Aber warum muss ich jetzt eigentlich eine Einladung machen? Die Bibi war doch eigentlich die Moderatorin. Ach Quatsch, du weißt doch alles. Du bist doch der unserer Starboard-Experte zusammen mit Jay. Ich habe gedacht, wenn Jay wäre eigentlich der Starboard-Experte. Der hat ja schon über 100 Stunden gespielt. Ich nicht. Was? 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 Das ist mehr als ich, meine Freundin. Oh, da komme ich wieder nicht hoch. Das hat Marsha gesagt, ja. Ich richte mich nur nach den Informationen, die ich kriege. Oh, schön. Sind das Pollen? Oh, Sandsturm. Achso, Sandsturm. Marsha hat auch gesagt, dass Starboard geil ist. Oh, Sandsturm. Deswegen habe ich das auch gekauft. Gott, Upground. Lauf rückwärts. Ich bin weg. Niemand sieht mich, ich bin weg. Gleich tot wahrscheinlich. Seid ihr da runtergesprungen? Ja. Ja. Du gehst zum Robot da, Lena. Alles klar. Ah, da ist sie. Da ist sie. Hat nachgeladen. Meine Welt hat nachgeladen. Ich bin weg. Oh, meine Welt lädt wieder nach. Aber warum haben wir das immer wieder, dass eine Frau die andere retten muss? Wir sind drei Frauen und ein Kerl. Wenn du mein Internet retten kannst, ist alles in Ordnung. Selber schuld. Warum? Ich bin auch nur eine Frau, ja. Bitte. Nicht du. Ich bin auch nur eine Frau, ja. Oh, mich, hier gibt es einen Drink. Juhu. Ich weiß es echt nicht, wie gut sei dir. Tschüss, war abgelenkt. Ich bin mega langsam. Hallo, ich habe geworfen. Ah, Gott sei Dank. Dankeschön, hallo. Bitte schön. Meine Welt hat gerade nachgeladen. Ich bin gerade durch die Luft geflogen. Nicht so schön. Nein. Ich bleibe jetzt in der Bar. Habt ihr uns nicht gesehen? Hier. Hau ab. Suchst du nach einem Drink. Natürlich suchst du nach einem Drink. Komm her jetzt. Alle. Ich will jetzt einen Drink hier haben. Ah, ich kann vorwärts gucken. Oh, Gott. Ich nehme Toxic Chews. Nee, Quatsch. Ich nehme Toxic Chews, Alter. Aber nur, damit ich mir leisten kann. Oh, wie süßer Dance. Kann ich dir irgendwas mitnehmen? Bayfresh for a while. Chottokermix. Leder. Packs of Clash. Ich kann nichts essen. Voll krass. Ich habe nichts. Alter. Ich weiß nicht. Werden das, werden das, werden das, werden das. Wie heißt das? Klavier gelootet? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja klar, als ob. Der Zwerg mit der Laterne da oben. Was? Hallo. Zwerg mit der Laterne. Also, ich habe bisher noch nichts lootet. Gemops. Oh, ich habe die Uhr ausgemacht. Okay, ich habe noch nichts lootet. Okay, safe. Ich habe safe mitgenommen. Alternative, wenn einer eine Flagge hätte, zufälligerweise, könnte der hier setzen, weil wir nämlich irgendwann später mal Nova-Kit-Material brauchen. Und das könnten wir hier gerade looten. Hat jemand eine Flagge? Also eine Homing-Flag? Wo wird die denn zu finden sein? Wie musst du craften? Kann ich nicht. Hab ich nicht. Kannst du wohl. Nein, ich kann nichts craften. Warum nicht? Weil ich doof bin. Bissen wie. Danke. Du brauchst dafür eine Copper Bar und 20 Wolfen Fabric. Hab ich nicht. Ich kann dann nichts. Ich kann nichts machen. Ehrlich nicht? Nö. Ach, nö. Nö. Äh, für die Apex-Flagge. Ich bräuchte Kupferbar. Äh, Gewebe haben wir ja auch natürlich nicht dabei. Nee, Gewebe habe ich nichts dabei. Jetzt könntest du beide hochbeamen und das machen. Warum mit dem Spinnrad? Bei uns in der Butze. Hähähähähähähäh. Ich habe es genau gesehen. Sehr schön, Willi. Danke. Es gefällt mir sehr. Mir auch. Hat sich jetzt jemand weggebeamt? Vor allem das Auge. Siehst du es? Nee, das ist süß. Ja, erzähl ich nur ein Auge. Ich bin ein Zyklo. Du bist ein Zyklo. Ja, auch. Ich bin halt Holi-Brille. Alter, die hat drei. Hä? Ich warte mal gemütlich auf. Achso, die sind alle unten, ne? Du look like the... Ja. Werbung-Type of... Auf was? Auf was? Alles klar, wer feiert die Party? Immer. Was heißt denn Yandr? Yandr? Ja, stell mal kurz 120 Gewebe her, ne? Keine Ahnung. Oh, ich lasse den Roboter frei. Ist das gut? Oh, das ist gar nicht gut. Au! Oh. Nein, das war dumm. Ja, ich habe es gemerkt. Ausgerechnet mit dem. Ja, Mann. Ausgerechnet mit dem. Ich wollte ihn freilassen. Mann. Freiheit für alle. Auch für kleine, gemeine Roboter. Ich will ein Bett. Ist hier irgendwo ein Bett? Ich will ein Bett gesehen? Ohne Käse? Mach diese Tür einfach wieder zu. Ah, ich kann mich auch in den Heuwagen legen. Alles klar. Ich warte mal auf euch. Ja, geh in den Heuwagen und schlafe nackt. Ich schlafe nicht nackt. Warum denn nicht? Tust du schon. Nee, weil ich angezogen bin. Wenn du in den Heuwagen gehst, nicht? Ey, was? Geh lieber in den Heuhaufen. Dann haben wir mehr Spaß. Mahlzeit. Mahlzeit, Sam. Das war eine Artikulation. Entschuldigung. Ey, was? Ich nehme mal ein paar mehr davon. Oh, jetzt bin ich nackt. Ja, jetzt liege ich im Heuhaufen. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ich sehe es, Alter. Mach ruhig weiter. Na, geh weg. Nein, ich komme nicht da her. Na, du Schweinebrüster. Nein, geh weg. Ich warte auf euch. Ja, schlaf woanders. Warum schläfst du nicht nackt? Nein, weil ich nackt schlafen hier jetzt so finde. Das ist dein Volk, hallo? Wir sind ja dein Zuhause. Ja, und? Und, geht ab. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schlafen Sie nackt. Aus, Ruf, Ruf. Ist es der Nachbarhund bei euch? Ich weiß es gar nicht. Der weiße. Ich glaube, ja. Wobei, bei euch wohnen irgendwie nur weiße Hunde. Ja. Naja, eigentlich nicht. Also, eigentlich nicht. Wir haben auch einen braunen Hund. Nein, das ist gar nicht was süßes. Dann haben wir noch einen schwarzen Hund. Ich kann nur sagen, wir wohnen Möpse im Haus. Ja, deine. Ist doch auch schön. Kannst du dir mal was anfassen. Oh, man. Ja, aber dann ist es halt noch in der Stadt. Ja. Was? 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 Ich habe nichts gehört. Ich will das gar nicht hören. Das verfauchte Ferkelzeug. Ich habe gerade echt nichts verstanden. Gott sei Dank. Hallo, Baby. Hallo. Lauf weiter. Ne, ich bin lebensmütig. Ich laufe nicht weiter. Jetzt haut doch mal ab. Wo bist du denn? Warte mal, wie heißt das Volk nochmal hier? Was? Das sind die Nova Kids. Was? Dann ess was. Nova Kids. Kann ich Dornfrucht essen? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann ich essen. Bringt aber nicht besonders viel. Oh, ich habe nicht mehr viel Fressen dabei. Was ist denn eigentlich? Willst du noch ein bisschen was haben? Ich habe noch ein bisschen. Na, ich fresse ein bisschen Kaktus. Moment. Okay. Ich bin ein bisschen nägiger. Was ist die Vivi? Mensch? Oder Opossum? Ne, Mensch. Ich bin Mensch. Mensch oder Opossum? Definitiv. Ich bin ein Menschen. Wir haben ein Menschen. Wir haben ein Aschen. Wir haben ein Vogel. Mich. Eine gasförmige Konstellation, die sich Nova Kid nennt. Ich sage es aus. Mich. Ich hasse Double Jump. Wuhu. Hä? Beste, was es gibt mit Double Dash. Beste. Nö. Es gibt die Spike für ihr. Die ist noch besser. Was ist mit mir? Aua. Gibt es nicht Aua? Gibt es da Aua? Du machst das, Sam. Aua. Gibt es das Aua? Ich? Ich bin einfach zu langsam für euch. Oh, hallo. Alter. Krieg nicht. Ja, oder? Ja, flieht. Pixel. Ja, wir sind wieder alle vereinigt. Wir sind alle wieder vereinigt. Und ich loote noch ein bisschen. Und Vivi looten noch ein bisschen. Weißt du, sich beschweren darüber? Übrig. Das ist Kohle. Lena, wie viele Manipulative Models hast du noch? Gar keine. Wie, ich? Ja, dann könnt ihr die. Ich habe mal die, nämlich meine eben noch abgegradet. Weil ich zu Hause in der Butze nämlich noch welche hatte. Ich kann nicht. Ich habe nur drei. Ich kann überhaupt nichts upgraden. Oh, ich mag die. Weil ich bisher noch nicht gerafft habe, wo ich die finde. Neue Fremdpläne nicht zuversichtlich sage. Ich sage hallo. Ja, aber was ist das für eine Rasse? Es ist ganz lustig. Ich will mal gucken. Wer weiß jetzt, was das Fenerox ist? Das Dicken auf das Schwert. Fenerox ist eigentlich ursprünglich eine Abwandlung von Wüstenfuchs. Der in der Wüste eigentlich heimlich ist. Mit langen Ohren und so weiter. Den Baum nehme ich auch mal mit. Ja, ja, nehmt du mal mit. Ich nehme alles mit. Wir brauchen derzeit kein Holz. Ja, aber alles mit. Ach komm, ich rieche mich jetzt einfach. Nach dem was. Oh, weiter geht's. Ich finde das immer so faszinierend. Ihr heult was erleben, aber seid immer noch ein Luf. Wuhu. Warum hast du dich angeschossen? Ich weiß es nicht. Der weiß wie. Nein, der ist nicht lieb. Ich habe jetzt einfach mal ab. Wuhu. Ich muss mich selber umkümmen. Nein. Das arme Tier, ey. Lass mich doch. Hat dir gar nichts getan. Die Bibi kommt wieder nicht nach. Ich bin am Loosen. Guck mal du, dich da rum. Alle meinen Zugeschauen wird's schlecht. Die Null Leute. Die Fenderrooks war angegriffen. Die Null Leute, denen wird's gerade so übel. Doch so viele. Ja, sind Null Leute. Das ist doch faszinierend. Meine Idee war ja eigentlich noch, weil wir ja noch das Wolfram-Erz... Ein Fischli. Boop. Weil wir noch das Wolfram-Erz brauchen, dass wir uns vielleicht mal in den Planeten begeben. Reinkraben? Ich weiß nicht, was habt ihr für eine Rüstung? Habt ihr die erste? Keine Ahnung, dann sterbe ich halt auch gut. Ja, noch die erste, ja. Ich habe gar keine Rüstung. Ja, alle? Doch, ja doch. Doch, du hast Rüstung. Wir haben ja gecraftet bekommen. Gott sei Dank. Danke schön. Da hätte ich mal eine Frage an die Lena. Lena, du kannst doch mittlerweile, weil du Nova Kid bist, müsstest du eigentlich herstellen können, einen Staubmantel. Zu deutsch. Im Spinnrad eigentlich. Als Stoffi. Hab ich noch nicht geguckt, im Schwimmrad. Im Schwimmrad. Müsstest du eigentlich machen. Du solltest mir einmal einen herstellen. Mag die. Aber die kann ich ja als Avian nicht herstellen, weil ich einen Bogen bin. Was brauche ich denn dafür? Ja, wortwörtlich. Irgendwas. Das müssen wir sagen, wie ich organisiert habe. Oh, da ist schon wieder so ein Viech. Ich weiß gar nicht, was ich zurückkomme. Ach, ich folge jetzt einfach mal an Jay. Können wir ja dann machen. Wir erleben jetzt erstmal Abenteuer. Genau. Oder? Dann müssen wir jetzt eigentlich in den Hunting Dungeon. Das heißt eigentlich, wir müssen aufs Schiff und müssen den Hunting Dungeon eigentlich mal aktivieren. Achso. Weil hier waren wir gerade. Nein, ich habe da die Fackel gerade eben erst hingesetzt. Ich bin schon weiter, weitaus vor dir. Aua. Der hat mich juckt. Wir sind unter der Erde, Sam. Ach nee, ernsthaft. Hier geht es nicht weiter. Ich schlafe jetzt erstmal und heile meine Verletzungen, die ich durch euch beeilten habe, aus. Oh, aber Sam. Hier geht es auch nicht weiter. Ich habe echt ein bisschen Angst, euch zu folgen, Leute. Warum? Weiß nicht. Weil es so dunkel ist. Weil ihr immer anstellt. Ach, da oben bist du. Hi. Hi. Ich flute. Dafür habe ich wieder dieses Käfer gefunden. Ist das Jay? Wo ist Jay? Jay ist weitergelaufen. Ich bin weiter unten. Ich hatte einen Muddancer. Ich brauche mich gerade nach unten. Oh. Wenn ich mich hinterherkomme. Ach, da bist du ja. Hallo. Ich habe ein bisschen Angst. Egal. Habe ich irgendwas wertvolles dabei? Auch egal. Doch, ich habe Tische und Stühle. Oh nein. Oh nein. Ich habe gelernt, wie man Regenbogenholz herstellt. Oh. Wie denn das? Oh, guck mal, wie schön ein Leinpad das jetzt wieder geht. Wir brauchen einen Regenbogen, Sams Popo, und dann haben wir Regenbogenholz. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, warte. Also Sam, komm ran mit deinem Po. Ich warte, warte. Das Aufstehen. Nein. Jetzt will ich nicht mehr. Du, meine Frau, wie ich diskriminiert mich auf meinen Hinterteil? Ja. So wie du das auf meine Tüte machst, mache ich das auf deinen Hinterteil. Oh, das war jetzt echt diskriminierend. Bitte? Und was war bei Borderlands? Das ist Gerechtigkeit. Du hast Titten gesagt. Das ist Gerechtigkeit, Sir. Ich sage nur Borderlands. Gemeinheiten. Sind wir hier bei Borderlands? Nein, nein. Ich weiß noch mal da runter. Alles gut. Wir sind doch hier nicht bei Borderlands. Wir sind doch hier bei Starbounce. Starbounce ist so eine komplett andere Welt. Ja, 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 ja. Andere Welt, andere Titten, oder was? Okay, freundlich ist es nicht. Bingo. Hallo, Bibi. Hallo. Ja, das Lug. Oh, das Lug. Und da sind Viecher. Alter, wo seid ihr denn hin? Was ist denn los? Ich bin in die Ritze gefallen, Alter, wo die scheiß... Ja, das ist die Ritze, wo wir gebaut haben. Die ist Kacke. Ach, Quatsch. Du magst doch Ritze. Keine Ahnung, dafür, dass du... äh, äh, der... Nee. ...gekloppt er da runter springst. Nee. Wie gekloppt er? Schwimm doch gar nicht! Oh, mein Gott. Er hat vier. Ach, schön. Draußen ist ja nicht so klein. Hat eigentlich von euch jemand Fackeln dabei? Ja. Tatsächlich nicht. Natürlich, Alter, und in den Tanksten lasst ihr liegen. Den Tanksten lasst ihr liegen. Ehrlich jetzt? Was ist das? Ich habe eben keinen gesehen. Ehrlich jetzt? Was ist das? Das sind hier das Wolfram-Erz. So, wissen wir, jetzt loote ich den Tanksten aus dieser scheiß... Schau mal bitte da runter, Lena. ...aus diesem scheiß Planeten und gebe euch nichts davon ab. Peng. Da oben, da oben, das weiße da oben. Nee, da war doch noch nicht, das war doch kein Tankster. Ups, Alter. Hörs? Ja, ich möchte gerne wieder dahin. Hörs? Hörs? Wääh! Weg! So, jetzt habt ihr es wieder. Haha, oh boh. Wo bleibt denn der Vieh? Huch! Hinter uns! Wenn ich das halt... Ah, das ist echt Öl! Ein Ausrufezeichen. Ja, das ist schwer. Oh Gott, ich habe wieder Hunger. Ah, nee. Da unten ist der Jay. Hey, ich loote jetzt nicht den Tanksten aus der Wand. Nein, das mache ich nicht. Äh, hier hinter mir ist auch noch... Aber nur, weil er da unten ist. Ich habe gerade eben schon gelootet eigentlich einmal. Hast du denn nicht? Ich weiß noch gar nicht, wo du stehst. Hier. Haha, wo ist er denn? Da ist noch ein Vieh da unten. Warte, ich habe fünf Tanksten ergattert. Eins habe ich gekillt. Nein! Alter! Nein! 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 Bist du gerade von mir gestorben? Ja! Von diesem scheiß Katzenvieh, Mann! Ja, das ist ein Geist. Oh! Leck mich doch im Sack! Nein! Aber nicht Call of Duty Ghost, oder? Bleib mal da stehen, wo du gestorben bist. Nein! Nein! Du bist da! Ja, ja! Oh, geil! Du bist die Beste! Bup! Äh, pass auf! Oh, ja! Was denn wurde hier gerade verschüttet? Hallo! Ich habe schon mehr Hunger. Ne, irgendjemand hat Hunger. Ich habe Hunger. Äh, ich esse. Weiter unten, ne? Wohin muss... Ich war weiter oben! Weiter oben? Ja, die war... Du musst nach oben und nach rechts. Oh! Was hat das? Lebst du, oder bist du schon tot? Bup! Alter! Wo? Äh, wie komme ich hoch? Ja, da musst du dich hochbauen. Schön. Ah, ja! Das liegt in der Sinne des Naturs, wie man hochkommt. Ah, cool! Oh! Was deshalb hier nicht hingegangen ist. In der Sinne der Naturs. Aua! Vorsicht! Aua! Aua! Lena, die greift nicht an! Ach, Quatsch. Seh ich nicht. Lena, du sehst genau... Seh ich auch nicht. Oh! Nein! Boah! Alter! Hm... Bup! Ich hab schon wieder Hunger. Lena, war da ne Kiste? Vielleicht. Na gut. Alter! Weil ich kämpfe gerade. Aua! Aua! Arschloch! Ah! Sie ist tot! Das sind die Schlickmann-Loot noch. So. Hab sie gekehlt. Sehr gut. Was war drin? Ähm... Mh... Oh, ein Silberstollen, Alter. Oh, geil! Eine schlechte Waffe. Ah! Nein! Böse! Eine schlechte Waffe. Eine blaue Waffe. Ja, dann geht's weiter. Schlecht, ne? Au! Oder? Woher hin? Woher hin geht? Woher lauft ihr denn? Oh, der Geist! Da oben ist langsam. Hm? Ja, ihr müsst mir sagen, habt ihr eine Rüstung oder nicht? Wir haben eine normale Einserrüstung. Meine Pässe. Oh, Alter! Ich hab ein EPP. EPP? Weißt du, was ist das EPP? Äh... Genau, das musst du sammeln. Aha. Okay. Gut. Gut zu wissen. Evi, lebst du noch oder stirbst du schon? Ich bin... noch am Leben. Und ich guck grad, wo ich bin. Lebst du schon oder stirbst du noch? Ja, können wir dann die zweite Dungeon anfangen? Oder sollen wir die... Ich glaub, ich brauch mehr bis 10 Minuten, um an meinen Loot zu gucken. Huch! Willst du da auch leuchten? Hä? Ich hab echt keinen Plan, wo ich bin. Willst du da runterleuchten? Vielleicht können wir da runter. Ja, ähm... Ich bin unten. Ich weiß nicht, wo du bist, Willi. Ich bin... links hochgelaufen. Und trudel mich grad irgendwie nach oben. Und hab keinen Plan, wo ich bin. Hm. Nein! Ah! Böse! Aua! 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 Hehehehe! Nein, schneller, 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 schneller! Au! Das ist eine Kiste! Oh, okay. Nichts drin. Nur Pixel. Au. Au! Boah! Shit! Ach Gott. Du Missvieh! Oh Mann, hier sind überall so Viecher. Äh, Lena, hinter dir! Huch! Naja, du kannst... Nein! Wie? Ja, da ist ja wieder dieses... Gewick von meinem Blut! Geh weg! Katze! Katze von hinten! Hasen-Materie hab ich jetzt! Katze von hinten! Aua! Nie! Ist unsichtbar! Kannst du nicht treffen! Hm? Was? Geh weg! Was? Fest ist das Flug? Komm her! Oh! Bibi! Ja! Wo bist du jetzt? Ich bin gegen einen Stalaktiten! Das ist schon wieder so zeitlich! Ich hab schon wieder Hunger! Gegen den Stalaktiten! Ja! Das ist nicht gut! Immer diese Titten! Stalaktiten! Stalaktiten! Äh... Ich weiß wie du dich fühlst! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Was zur Hölle ist das denn für'n PJ? Was ist das? Geh weg! Das ist äh... Bandit! Hä? Wir sind hier! Hier ist ne Höhle! Ich bin... Leute, ich bin so gut wie tot wieder! Ja... Wie... Warum nimmst du nicht Leben? Ja, weil ich grad an... Verhalten bin! Wo, wo, wo... Wo ist mein Henning? Besser haben willst du es nicht mit mir! Healing! 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 Lena, ich hab'n Mana Manipulator für dich! Wo denn? Äh... Den hab' ich schon dabei! Au! Achso! Alter! Ah, leck mich doch! Ich will da unter! Macht bestimmt Spaß mir zuzugucken! Immer! Ja, du bist tot! Ja, du bist auch tot! Geil! Endlich! Okay, und was mach' ich damit jetzt? Ah! Äh... Wenn du acht Stück hast, gehst du oben auf... Äh... In welche Richtung seid ihr gelaufen? In welche Richtung seid ihr gelaufen? Äh... Ah! Guck mal hier! Äh... Wir sind... Wie? Nach unten! Links! Ein bisschen weiter runter! Also an dein Loot kommst du jetzt nicht ran von uns aus! Unten links! Wir sind unten links! Ja, ich hab' auch mein Loot eingesammelt! Genau! An den Beam kannst du dich nicht, gell? Nein! Oh Gott! Geh weg! Ich dachte, du wärst tot gewesen! Entschuldigung! Oh Gott! Geh weg! Hier ist mal eine richtig leere Höhle! Oder auch nicht! Da oben geht's, glaube ich, weiter! Scheiße! Sollen wir auf dich warten, Baby? Ist das links runter? Äh, wir sind links unten irgendwo! Okay! Jetzt wird's gemeint! Wer ist schneller, Lena? Du oder ich? Scheiße! Ha! Aber meine Pixel! Du doof! Oh, Kind schreit draußen! Oh nein! Es geht weiter! Ah, hör mir vor mir! Hä? Weg hoch! Nein! Ah! Ja, ich muss erstmal hochjumpen! Oh! Wow! Nein! Baby! Ich glaube, wir kommen jetzt wieder... Ja! Nee, wir sind jetzt rechts! Also ziemlich weit rechts sind wir tatsächlich! Ich bin am Looten! Ich hab hier nämlich gerade Wolfram! Ähm... Kann ich den da hinschießen, sag mal! So nicht! Äh... Wie geht ein Bücken? Ah, okay! So! Nach unten drücken! Oh! Oh! Ja, du bist tot! Ja! Sammle mal einen Loot ein, dann war's nicht umsonst! Hab ich schon! Zum Teil! Das Einzige, was ich halt brauche, ist Essen! Nö! Das hab ich jetzt alles! Ja! Ich grab mich jetzt nach links! Hab ich Essen dabei eigentlich? Nee, eigentlich! Oh! Ja, Kätzchen! Ja, hallo du! Du bist keine Katze! Du siehst aus wie ein großer Marshmallow! Hallo Marshmallow! Jo! Ähm... Er ist tot! Ich hab nichts zu essen! Ich geh wieder zu dir, Jay! Bibi? Ja! Ja! Wenn du stirbst, kannst du ja auch... Nee, kannst du nicht, weil du suchst dann wieder deinen Loot! Ja! Weil niemand bei mir ist! Ich bin immer so... Ich bin immer so alleine! Ja, du gehst immer woanders hin! Du gehst immer woanders hin! Du machst einfach immer dein Ding! Was sollen wir denn machen? Jo! Hauptsache jemand ist bei Lena! Und beschützt sie! Ja, von beschützen kann dir nicht die Rede sein! Hast du Essen? Was soll das denn heißen? Lena, du bist nicht zu mir ge-joined, kann das sein? Nö! Ich bin jetzt mal bei Bibi! Hi Bibi! Hallo! Na gut! Dann nehm ich dein gerettliches Loot auch mal mit, ne? Ja, ja! Du sollst ja alles nehmen! Oh, gut! Ich hab ein Schild! Ich hab dir echt keinen Plan, wo ihr überhaupt lang gelaufen seid! Ich loote hier ganz fleißig und dann irgendwann seid ihr einfach weg! Und macht euer Ding und läuft einfach irgendwie straight rechts! Nein, nein, nein! Du wolltest looten! Ich hab gesagt, wir gehen weiter an den Planeten! Haha! Ja, aber ihr habt nicht gesagt, in welche Richtung wir runter gehen! Links, ja! Aber wo seid ihr links? Ich komm nicht links runter! Ja, das musst du herausfinden! Huch! Nein, da wollte ich nicht hin! Geh weg! Geh weg! Essliches Vieh! Nein! Nein! Was zur Hölle? Jay! Kommst du zu? Ich hab's grad doppelt gehört und am Boden gemerkt! Am Boden gemerkt sogar, was hat er denn gemacht? Ich hab's am Boden sogar gemerkt! Ich hab's sogar gemerkt! Hat er auf den Fuß gestampft! Quatsch! Auf den Boden gestampft! Wahrscheinlich nicht! Nein, ich hab auf dem Typekit schon geholen! Du bist eigentlich Sam! Äh, ich arbeite! Ich hab so... Ich hab gutes Loot! Deswegen... Der Mund jetzt ganz schön weit drückt! Arbeit! Oh oh! Hallo! Oh oh! Upground! Upground! Jabadabadu! Ah, ich frag mich lieber da runter! Ah, ich bin hier gefangen! Hui! Ich geh nach links weg! Ich bin wieder zu meinem Boot! Links? Dann gehen wir auch links! Macht's? Links! Links! Oh ja, schön hell! Hm... Ah, seitdem ich die Meta Manipolator abgegradet hab, geht das hier alles auch viel schneller! Äh, was hast du denn abgegradet? Ja, meistens so! Äh... Geschwindigkeit! Also... Oben rechts! Das Symbol! Ah, ok! Die Energieerzeugung? Ja! Ah! So, Achtung! Upground! Upground! Hoi, Frommel! Wo bin ich denn jetzt? Ah! Äh, ist das gut? Oh Gott, ich glaub das ist gar nicht gut! Okay, ich leuchte erst mal! Alles gut! Ich bin doch schon drüben! Okay! Juhuuu! Moment! Ich bin so bekannt vor! Juhuuu! Oh, guck mal da ist der Skelett! Aua! Hä? War ich weiter unten? Ich weiß es nicht! Ui! Nein, da bin ich doch nicht hin! Tschüss! Hallo? So! Kann ich da unten? Oh, guck die weise süße kleine Schneckeanleger! Oh Gott! Äh... Was? Hörstest du? Nein, da ist auch so ein Vieh! Ich töte gerade eigentlich nicht der Brecht gar an! Ah! Oh, ist kaputt! Was auch immer ist, ist kaputt! Und was ist da unten jetzt? Nichts besonders! Jaja! Lass uns einfach da unten sein! Lass uns da unten! Ah, meine Nase juckt! Entschuldigung! Steven, was machst du eigentlich gerade? Ich arbeite! Hat er noch gerade gesagt! Nehme ich sag? Was machst du gerade? Er arbeitet! Was machst du gerade? Er arbeitet! Was machst du gerade? Was macht der gerade? Er arbeitet! Ich grab dich jetzt nach unten! Bitte schön! Ich krieg hintergrund! Unser Schiff soll schöner werden. Welches? Meins Deins, Vivis, Lenas? Meins! Ups, jetzt hab ich mich selber runtergebuddelt. Wollen wir eigentlich jetzt weiter runter? Oder vor allen Dingen, wie lang soll die Volker eigentlich werden? Äh, halbe Stunde haben wir doch. Okay. Kiste! Kiste! Kiste, Viech! Wir haben kurz alles mitgenommen. Oh nein! Ja, ich kann das ja aufteilen. Nein, ist doch gut, du hast eh meinen Loot. Alles gut. Ihr wird ein Ruder, nicht ein Schwester. Nein, ich habe nicht deinen Loot. Hast du nicht? Dein Loot liegt hinten irgendwo, wo ich hier bin. Bleib da stehen. Ach ne! Boah, wie gemein. Guck mal, ich hab den ganzen Loot eingesammelt. Dass es nicht wegkommt. Komm, darum ist schon wieder ein Viech. Ich seh's genau. Hier ist Loot! Da oben liegt Loot! Da oben liegt irgendwas Lootliches. Das bleibt bestimmt auch irgendwie weh. Hier oben. Guck mal! Hey! Ich hab deinen Loot eingesammelt, aber hier oben liegt noch ein bisschen was. Ja, oben ist bestimmt auch von dir. Ah! Kann auch von dir sein, oder? Aua! Ah! Oh mein Gott! Oh fuck! Ich sterbe gleich! Nehmt meinen Loot! Das ist mein letzter Wunsch! Oh Gott! Dann krieg ich meinen Loot wieder. Hey! So, dann kriegen wir wieder die Sitzel. Schluss mit dir, Frau! Ich will meinen Loot haben! Töte ihn! Erst mal überleben! Wie wär's denn damit? Nein, töte ihn! Außerdem hast du gerade Loot dabei! Stimmt gleich! Oh oh! Ich hab Wolfram gefunden! Dann nimm! Achtung, Fisch! Nein, nicht schon wieder töten, Leute! Oh Leute! Und da oben ist noch eins! Boah ey, ist das zu... Mäuse melken! Aber hier war ich! Ja, hier bin ich gestorben! Das ist dein Loot! Ah, das ist dein Loot! Du hast mein Loot eingesammelt! Oh geil! So! Gut! Ich hab meinen Loot! Ich kann hier wieder raus! Äh, Leute! Ja! Wir sollten das Loot aber auch mal nach oben abliefern, dass wir das nicht komplett verlieren! Wenn wir alle drei auf einmal sterben, ist es bitter! Ja, deswegen wollte ich jetzt nach oben, aber wir sind uns erstmal in der nächsten Folge! Okay, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!